Die Schweiz ist ein Grasland. 80% der landwirtschaftlichen Flächen sind Wiesen und Weiden. Menschen können sich von diesen nicht direkt ernähren. Für das braucht es Widerkeuer wie Kühe, die aus diesem Gras Fleisch und Milch für die menschliche Ernährung produzieren. Haben Sie Lust auf ein hochwertiges Stück NaturaBeef? Erfahren Sie mehr auf natura-beef.ch Untertitelung. BR 2018